Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja was ihr hier seht ist eine Aufnahme einer Galaxie NGC 7469, Entfernung circa 220 Millionen Lichtjahre und das James Webb Teleskop hat hier ein paar interessante Details dieser Galaxie auch fotografiert, unter anderem Sternentstehungsgebiete. Also das hier was ihr hier seht, also diese Pünktchen, das sind alles neue Sterne die in dieser Galaxie entstanden sind wohlgemerkt. 220 Millionen Lichtjahre bedeutet, naja das Licht hat auch 220 Millionen Jahre gebraucht bis bei uns ankommt und das was wir sehen ist 220 Millionen Jahre alt. So einfach ist es. Das heißt also wir sehen die Galaxie nicht jetzt, sondern damals. Ja und da entstehen eben neue Sterne zu dieser Zeit und sehr viele Sterne und unter anderem entstehen aus diesen Sternensystemen dann natürlich auch Planetensysteme, dann Planeten, vielleicht auch ein Planet ähnlich der Erde, dann ist vielleicht auch eine Zivilisation entstanden und die hat vielleicht sogar unsere Galaxie fotografiert und gesagt, ach guck mal da gibt es eine Galaxie, da entstehen gerade Sterne. Also ihr seht selber, wenn man sich das mal überlegt, dann eine interessante Geschichte im Grunde. Aber wie gesagt, wir sehen immer die Vergangenheit, wenn wir ins Universum schauen. Also selbst wenn ihr euren Monitor betrachtet, seht ihr nicht Echtzeit, sondern Vergangenheit. Das ist so. Aber ansonsten wird sie auch nicht funktionieren. Das ist wie wenn du eine Maschine baust, die funktioniert halt auch nur, wenn sie funktioniert. Und wenn du ein paar Teile vergisst oder falsch baust, dann funktioniert es halt gar nicht. Das heißt, das Universum als Maschine betrachtet, ja funktioniert eben so, wie es funktioniert und anders würde es wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren. Wenn da mal die Gravitationskonstante, mach mal ein bisschen was anders, dann fliegt dir alles um die Ohren. So wie bei mir immer bei Universe Sandbox. Was wir auch sehen in dieser Aufnahme, das ist ein aktiver Galaxienkern, das heißt also hier in diesem Bereich befindet sich ein supermassives schwarzes Loch und das hat vor 220 Millionen Jahren richtig viel gefressen. Das heißt also da sind Sterne und Material und alles Mögliche im schwarzen Loch verschwunden und in der Aggressionsscheibe um das schwarze Loch wird sehr viel Energie frei und das können wir sehen. Das heißt also da, die leuchtet richtig heftig diese Galaxie und das liegt eben an diesem aktiven Kern, der dort eben momentan oder momentan kann man nicht sagen, also damals vor 220 Millionen Jahren definitiv auch Materie verschlungen hat. Wunderschöne Aufnahme dieser Galaxie. Was wir auch sehen in diesem Bild ist hier unten, da gibt es noch so einen Bereich, da lugt auch so eine Galaxie hervor. Das ist eine Galaxie, die sich relativ nah an dieser Galaxie dran befindet. Das heißt also das ist so ein Doppelsystem kann man nicht sagen, aber das sind da relativ nah beieinander. Was wir auch sehen ist eine wunderschöne Balkengalaxie. Den Namen dürft ihr mich aber jetzt nicht fragen. Ich weiß nicht wie diese Galaxie heißt, aber sie ist hübsch. Und dann haben wir hier noch andere Galaxien, die sich wesentlich weiter entfernt befinden. Milliarden Lichtjahre, auch schon ins Rötliche verschoben. Das heißt also das, was wir hier sehen, sind Galaxien, aber die befinden sich so weit entfernt, dass sie eben relativ klein wirken in dieser Aufnahme. Aber das Licht braucht eben Milliarden Jahre zu uns. Und das, was wir da sehen, ist Milliarden Jahre alt. Wenn etwas 10 Milliarden Jahre oder Lichtjahre von uns entfernt ist und wir das jetzt fotografieren, dann hat es sich natürlich in den weiteren 10 Milliarden Jahren auch bewegt. Und durch die Raumausdehnung ist es extrem weit von uns entfernt. 20, 30 Milliarden Lichtjahre. Das ist dann der sichtbare Bereich des Universums oder zumindest der theoretisch sichtbare. Und ja, das ist alles ein bisschen kompliziert. Ich weiß, weil manche ja sagen, ja, aber das Universum ist ja erst 13,8 Milliarden Jahre alt. Wie kann das sein, dass die so weit weg sind? Ja, weil sich der Raum eben ausdehnt und die Zeit, in der jetzt auch der Raum sich ausgedehnt hat, zwischen dem, was wir jetzt da sehen und dem, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und dann entstehen Entfernungen von Durchmesser circa 90 Milliarden Lichtjahre, Universum, Durchmesser im sichtbaren Bereich. Aber das Universum ist wahrscheinlich wesentlich größer. Das heißt also da, ja, ich weiß, es ist kompliziert und es ist schwierig, aber am Ende des Tages ist es ja auch vollkommen wurscht, wie groß das Universum ist. Denn im täglichen Leben spielt das ja alles keine Rolle, logischerweise. Aber es ist interessant, sich mal Gedanken darüber zu machen. Also wie funktioniert das alles? Raumausdehnung und so weiter und so fort. Wie groß ist das Universum? Und dann gibt es natürlich auch noch die Urknalltheorie. Und Urknall ist halt die falsche Bezeichnung. Es war kein Knall. Es war einfach nur die Entstehung von Information oder Diversifikation von Information. Und deswegen, Explosion war das damals nicht. Also Information ist halt entstanden. Also zwei Informationszustände mehr oder weniger. Vorher war es eine Singularität. Da gab es nur eine Information, absolut homogen, symmetrisch, perfekt. Und dann ist das Universum entstanden und dann ging das Chaos los. Man könnte das auch mit der menschlichen Art des Lebens vergleichen. Also wie das Universum dann von einem perfekten Zustand in die absolute Katastrophe gedriftet ist. Aber gut, das ist natürlich jetzt überspitzt und auch ein bisschen mit Witz dahinter. Denn ohne diese ganzen Vorgänge könnten wir uns ja auch keine Gedanken darüber machen und wir könnten diese wunderschönen Aufnahmen nicht betrachten. Das heißt also, das was wir da sehen, das ist ja auch eine Erkenntnis, die unglaublich toll ist, was wir da draußen alles so zu sehen bekommen. Und jetzt mit den neuen Teleskopen ist das Ganze natürlich wesentlich witziger. Wobei wir natürlich, das muss man auch immer sagen, und das sage ich glaube ich im Video 20, 30 Mal, nie das sehen, was wirklich existiert. Wir sehen immer die Vergangenheit. Das heißt also, diese Galaxie rotiert ja, oder besser gesagt, das ganze Material ist brutt, wie so ein Whirlpool. Und das ist eben genau das. Also diese Objekte, die ihr hier seht, die sind wahrscheinlich schon einmal um die Galaxie außenrum in der Zwischenzeit. Und dann sind sie zwar wieder da, aber dann schaut das wieder ganz anders aus nach 220 Millionen Jahren. Und in 220 Millionen Jahren könnte man dann gucken, wie es aussieht. Plus, Minus der Eigenbewegung und dementsprechend auch der Veränderung der Position der Galaxien zueinander. Das hast du ja auch noch in diesen großen Superclustern. Also, nicht zu viele Gedanken machen, weil sonst brummt der Schädel. Das ist aber ganz normal. Ja, und wir sehen hier natürlich auch sehr, sehr viele Galaxien in diesem Bereich. Das sind auch wieder so Hunderte, die wir hier erkennen können. Natürlich jetzt durch dieses Überstrahlen der zentralen Galaxie. Natürlich auch das Thema bezüglich der Identifikation. Wo befinden sich denn jetzt noch Galaxien? Und sind die Punkte wirklich alle Galaxien? Weil man hat ja auch ein gewisses Rauschen mit drin. Das heißt also, auch was die Auflösung angeht. Aber es ist ein faszinierendes Foto. Und solche Fotos, wie jetzt zum Beispiel das James Webb hier momentan präsentiert, die gab es halt vorher noch nicht. Der Vorteil ist, in dem Bereich, oder besser gesagt in den Wellenlängen, in denen das James Webb Teleskop fotografiert, sieht man diese Bereiche auch, zum Beispiel Sternentstehungsgebiete, wesentlich besser, als das zum Beispiel im rein optischen Bereich ist. Und man muss ja auch immer wieder sagen, das, was ihr hier seht, ist aufbereitet. Das heißt also, in den Wellenlängen, in denen das James Webb Teleskop diese Aufnahmen macht. Das ist im Infrarotbereich. Und dann wandelt man das Ganze dann dementsprechend um in ein Foto. Und das ist das, was man dann sehen kann. In den Wellenbereichen, in denen das James Webb zum Beispiel aktiv ist. Also es gibt natürlich auch manche Tierarten, die in bestimmten Infrarotbereichen besser sehen, als zum Beispiel der Mensch selber. Das heißt also, was die generellen Möglichkeiten angeht, hat man also verschiedene, zum Beispiel Bienenultraviolett. Das heißt also, manche Insekten sehen in bestimmten Wellenbereichen, da kommen wir nie hin. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, mit Technik dementsprechend dann das sichtbar zu machen, was für andere Lebensformen normal ist. Und darum ist dieses Bild, was wir hier sehen, vollkommen okay. Manche sagen immer, ja, das ist ja alles rumgebastelt, das schaut ja alles gar nicht so aus. Ja, du wirst in diesen Wellenbereichen auch nicht viel sehen, weil dein Auge nicht dafür gebaut ist. Aber dank technischer Entwicklung und dieser ganzen Erkenntnis über bestimmte wissenschaftliche Bereiche, das ist ja Wissenschaft. Also ein Infrarotsichtgerät bauen oder ein Teleskop bauen, welches in diesen Wellenlängen in der Lage ist, Informationen zu verarbeiten, das ist Wissenschaft. Und auch dein Smartphone ist Wissenschaft. Das ist so. Und deswegen haben wir natürlich heutzutage wesentlich mehr Möglichkeiten, uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Also diese Aufnahmen des James Webb faszinieren mich immer wieder, weil sie in einem Qualitätsbereich liegen, der vorher so nicht möglich war. Und deswegen ist jede Aufnahme, die jetzt zum Beispiel vom James Webb kommt, für mich gefundenes Fressen. Also ich freue mich immer, wenn eine News kommt, James Webb hat wieder irgendwas fotografiert, weil es immer wieder faszinierend ist, was man da alles sieht. Aber ich warte natürlich wahrscheinlich auch, wie manch anderer, momentan zumindest, auf die ersten Erkenntnisse bezüglich Exoplaneten und Gesteinsplaneten mit Atmosphäre. Das ist halt irgendwas, da warte ich drauf, aber bis dato leider nicht. In der Zwischenzeit gucke ich mir eben Galaxien an und Sternentstehungsgebiete. Aber es ist auch interessant. So meine Lieben, schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und dann, bis zum nächsten Mal.